Leonhard Euler war ein Schweizer Mathematiker, Physiker, Astronom, Geograf, Logiker und Ingenieur. Er wurde am 15. April 1707 in Basel geboren und starb am 18. September 1783 in St. Petersburg. Er machte wichtige und weitreichende Entdeckungen in vielen Zweigen der Mathematik, wie beispielsweise der Infinitesimalrechnung und der Graphentheorie. Gleichzeitig leistete Euler fundamentale Beiträge auf anderen Gebieten wie der Topologie und der analytischen Zahlentheorie. Er prägte große Teile der bis heute weltweit gebräuchlichen mathematischen Terminologie und Notation 1.